hallo ihr lieben vielen dank für die reaktion auf mein letztes video das hat richtig gut getan und ja als kleines dankeschön ich habe mich gerade wieder mal ans klavier gehockt und versucht so frei wie möglich die ersten gedanken zu spielen die mir einfielen ich habe euch ja von meinem ritual erzählt und es ist ein klavierthema dabei rausgekommen was ich euch jetzt gerne zeigen möchte und ja einen schönen sonntag und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020